Schönen guten Morgen zur zweiten Runde. Es gibt zwei Mitteilungen für die Mannschaftsführer und für die Mannschaften. Zum einen bitte die Formulare der Spieler alle unterschrieben an die Team-Captions bzw. Schiedsrichter weitergeben. Und der zweite Punkt, die Schiedsrichter werden ein paar Stichproben nehmen und Personen mit Scannern prüfen, ob Handys dabei sind oder andere elektronische Gegenstände. Also bitte nicht wundern, wenn die Schiedsrichter Scann durchführen. Vielen Dank. Dann geben die Schiedsrichter die zweite Runde frei. Viel Erfolg. Ja, 10 Uhr ist durch. Also rechts ist auch gegen wem kein Beginn. Schwarz drückt die Uhr. Und da gibt es auch die Hände. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.